Für die Schlussentspannung Shavasana komm in Rückenlage, leg deine Beine entspannt ab, deine Zehen fallen entspannt nach außen, leg deine Arme neben deinem Körper, die Handflächen schauen nach oben zum Himmel, zieh dein Kinn sanft zur Brust und entspann deinen ganzen Körper. Mach eine Reise durch deinen Körper für die volle Entspannung. Ich entspanne meine Füße. Ich entspanne meine Beine. Ich entspanne meine Hüfte und mein Gesäß. Ich entspanne meinen Rücken. Ich entspanne meine Brust. Ich entspanne meine Schultern. Ich entspanne meine Arme, Hände und Finger. Ich entspanne meinen Nacken und mein Gesicht. Ich entspanne meinen gesamten Körper und bleibe in dieser Entspannung, solange es für dich angenehm ist. Und wenn du zurückkommen möchtest, dann beginn langsam deine Zehen und Finger zu bewegen, reck dich, streck dich, mach die Bewegung, die jetzt für dich angenehm ist und komm langsam wieder zurück zu dir. Und leg dich gerne auf die Seite, bevor du nach oben kommst und drück dich dann ganz langsam wieder hoch, damit du nicht schwindig wirst. Namaste, danke fürs Dabeisein.